Normalerweise erwartet ihr um diese Zeit eigentlich ein Video zu den Indizes, das will ich euch aber im Moment ersparen. Wir werden jetzt in diesem Moment uns lieber mal Gold angucken, denn Gold finde ich im Moment gar nicht so unattraktiv. Ich will es noch nicht gleich die Ankündigung für den Trade nennen, aber zumindest mal eine ganz gute Vorbereitung. Worauf gucke ich hier? Ich gucke auf den 4-Stunden-Chart. Ihr seht das, der 4-Stunden-Chart, der bietet eine schnelle Aufwärtsbewegung, die wir hier als letztes hatten. Zack, das ist die Aufwärtsbewegung. Nicht schön gezeichnet, aber ich denke, ihr erkennt das. Und wir sind jetzt im Moment auf der Abwärtsseite unterwegs. Wie können wir die uns angucken? Punkt 1 ist Richtung abwärts. Punkt 2 ist Größe. Naja, für einen typischen Rücksetzer würde es durchaus gut sein, nämlich in diesen Bereich rein. Und ist es korrektiv oder impulsiv? Und im Moment hat man den Eindruck, wenn man mal so die Gegenbewegung guckt, eher überschneidend. Vielleicht kommt das Ganze auch als irgendwie was dreiwelliges raus. Also machen wir es mal einfacher. Das ist im Moment der größte Rücksetzer. Also vorne und hinten nochmal irgendwie sowas in der Richtung. Dann hätten wir doch dieses klassische dreiwellige Bild. Cool! Denn das würde bedeuten, das ist die starke Richtung gewesen. Das wäre die wackelige Richtung, die auch noch tief genug geht, auch selbst wenn es noch ein bisschen tiefer geht. Dann müsste doch eigentlich das hier passieren. Sollen wir also schon long gehen? Nein, bitte nicht an dieser Stelle jetzt einfach blindlings long gehen. Ich zeige euch gleich noch mal so ein paar Tricks, was wir machen können. Wir haben uns im Live hier schon ein paar Mal jetzt angeguckt, aber trotzdem für euch jetzt, die ihr das so seht, natürlich auch gerne nochmal. Also grundsätzlich ist ein Rücksetzer. Innerhalb dieser Zone ist alles gut. Nur wenn der Kurs deutlich unter die 1776 durchgeht. Spätestens bei 1765 ist meine long Idee futsch. Also blindlings jetzt einfach zu sagen, auch ich gehe jetzt mal long, ist ein bisschen schade. Ich gucke normalerweise, wann triggern wir dieses Zwischenhoch? Wenn wir das nämlich verlassen, also die fallenden Hochs, die fallenden Tiefs nicht mehr gelten. Ja, dann müsste doch eigentlich die ursprüngliche Richtung wieder gelten. Und die ist ja nach oben gerichtet. Also Chancen für nach oben. Also Einstiegsniveau wäre jetzt hier das Hoch, was wir hatten heute Mittag in etwa. Ja, das wäre eine mögliche Einstiegsmarke, die wir hier jetzt eben entsprechend sehen. Das Ziel wäre ungefähr, dass wir diese Bewegung nochmal sehen. Also ganz grob jetzt gerechnet. Wirklich ganz grob nur das, was wir hier vorne haben, passiert hier hinten nochmal. Ob dann noch mehr passiert, ob der Kurs dann sagt, jetzt bin ich schon unterwegs, jetzt marschiere ich auch weiter. Das kann sein. Das passt nicht so richtig gut in das übergeordnete Bild, über das wir jetzt ja mehrfach gesprochen haben. Muss ich sagen, bin ich noch nicht so richtig von überzeugt. Aber denkbar wäre es zumindest mal. Aber erste Überlegung ist das, was wir vorne haben. Ungefähr hier hinten nochmal. Also insofern das als grob Überlegung. Aber nur dann, wenn der Markt auch wirklich das Ganze triggert. Also sprich, diese Zwischenhochmarke hier eben im Hinterkopf behalten. Man kann natürlich noch weitere Möglichkeiten suchen. Kann man nicht hier unten tiefer reingehen. Ich will nicht so lange warten. Immer wenn ihr hier unten reinkommt, kriegt ihr bessere Chance Risikoverhältnisse. Klar, ihr macht mehr Gewinn und habt eventuell weniger Platz bis zu dieser Verlustseite, wo ihr sagt, naja gut, jetzt wird es nichts mehr. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie richtig liegt, ist halt nicht ganz so groß. Man kann jetzt gucken, ob es sowas wie Cluster gibt. Zum Beispiel, dass man hier mal so die Gegenbewegung misst. Und immer dann, wenn mehrere Marken eng beieinander liegen. Dann hat man den Eindruck, zumindest mal ein bisschen Unterstützung hier im Markt zu finden. Man kann auch dieses hier mal so schauen. Also dann sehen wir, wir haben zumindest mal diesen Rücksetzer, diese Größenordnung. Das haben wir hier, wenn wir diese grüne Marke hier erreichen. Das kann man natürlich auch hier vorne messen und kann hier mal schauen. Nur da sind wir ja schon durch. Das heißt, das bringt uns nichts. Das würde uns höchstens was für diesen zweiten Teil hier vielleicht noch bringen. Also ihr seht, das ist so eine Cluster-Technik. Wir suchen uns verschiedene Rücksetzer, diesen hier und versuchen, die hier anzulegen, entsprechend und gucken, wo passen die. Alles, wo wir schon durch sind, die brauchen wir eigentlich nicht mehr. Sondern es geht darum, gibt es irgendwelche Marken, Größenordnungen, die für eine Orientierung gut sind? Und je mehr Bestätigung wir an einem bestimmten Level haben, desto realistischer ist es. Also wenn ich das hier einfach messe, hier oben anlege, dann sehen wir, wenn ich jetzt mal so diese Einzelmarken wegnehme, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Unter der 78er wollen wir ja sowieso nicht. Zumindest mal haben wir ein deutliches Cluster hier auf der Unterseite. Das ist um Himmels Willen kein Beweis, dass der Kurs da dreht. Aber es ist im aktuellen Umfeld der letzten Tage durchaus typisch, dass Rücksetzer diese Größenordnung, diese Größenordnung, diese Größenordnung, diese Größenordnung, diese Größenordnung haben und dementsprechend sich möglicherweise ähnlich verhalten auch hier. Dass man sagt, das ist vielleicht der erste Teil der Bewegung und das hier nochmal dran. Es geht auch dahin. Das heißt, wir haben eine Zone, die liegt ungefähr, das ist jetzt keine Millimeterarbeit, aber die liegt ungefähr im Bereich 1776, 75, vielleicht ein bisschen tiefer, vielleicht ein bisschen höher auch schon. Dort liegt eine Menge Unterstützung. Wir müssen natürlich immer im Hinterkopf behalten, Unterstützung sind, kann Angebote. Also nicht ein Beweis, da dreht der Markt. Aber hier lohnt es sich ganz besonders nochmal drauf zu gucken. Also für all diejenigen, die gerne sowieso in der Nähe des Charts sind, legt euch einen Alarm hier rein. Beispielsweise hier an dieser Marke. So machen wir das immer. Ein Alarm. Da sollen wir nochmal auf den Monitor gucken. Gucken nochmal drauf, was macht der Kurs jetzt hier. Vielleicht ein bisschen tiefer, denn wir wollen diese Zone ja erreichen. Und dann kann man gegebenenfalls, vorher muss man das nicht zwingend, aber kann man gegebenenfalls dort nochmal höher auflösen gucken. Zum Beispiel im Stundenchart, zum Beispiel im 15-Minuten-Chart oder welche Zeitebene auch immer. Ob ihr dann dort im Kleinen das findet, was wir hier haben. Im Kleinen ging es steil runter und wackelig nach oben. Das schreit eigentlich nach einer Fortsetzung nach unten. Und immer dann, wenn es dreiwellig oder wackelig nach oben geht, spricht vieles dafür, wenn es getriggert wird, dass sich das Ganze eben nach unten nochmal fortsetzt. Das Gleiche, was wir hier haben im 15-Minuten-Chart, wenn das hier passiert, allerdings dann auf der Aufwärtsrichtung, dann haben wir die Musterbestätigung und wir haben eine echte Unterstützungszone, also eine Möglichkeit früher einzusteigen. Also Quintessenz. Erste Idee ist Einstieg, wenn der Kurs hier drüber geht, um zu zeigen, die fallenden Hoch-Tack-Tack-Tack, die fallenden Tiefs-Tack-Tack-Tack, die werden unterbrochen. Wenn das unterbrochen wird, geht die starke Richtung wieder, also sprich nach oben. Das wäre Einstiegsvariante 1 hier oben. Wir können auch da einen Alarm hinlegen, so nochmal drauf gucken, wenn er sich dem nähert. So machen wir das normalerweise ja immer. Und wenn er da hinläuft, dann können wir sagen, okay, platzieren wir den Trade genau. Das können wir jetzt hier in diesem Video noch nicht zeigen. Warum nicht? Solange wir dieses Tief noch nicht sicher haben, weiß ich nicht den Abstand, weiß ich also nicht die Stop-Weite, weiß ich also auch nicht die Positionsgröße und dementsprechend kann ich den Trade noch nicht einstellen. Sobald wir aber, sagen wir mal, hier wieder hinlaufen, dann haben wir das Tief, haben die Positionsweite, also die Stop-Größe, die Positionsweite entsprechend, die Positionsgröße dann meine ich und können dann entsprechend den Trade einstellen. Die Alternative, wie gesagt, ist, dass der Kurs dann im zweiten Nachgang dann hier runter geht. Also falls er nicht direkt dann hinläuft, dass wir dann eben sagen können, okay, dann machen wir es eben von dem Niveau hier unten, dass wir da nochmal drauf gucken, was da Sache ist. Vielleicht können wir da vielleicht ein bisschen was erkennen. Soweit die Idee zu Gold. Das mal als kleine Anregung einerseits zum aktuellen Markt, aber auch um euch zu zeigen, wie wir da drauf gucken. Ich weiß, dass viele sich da noch schwer tun. Mensch, was will man dann daraus machen? Es geht hierbei nicht darum, dass wir eine Garantie haben, dass der Markt irgendwas macht, aber er bietet uns eine sinnvolle Chance hier im Kleinen eine Position eben aufzubauen, also im Kleinen bestätigt zu sehen, eine Position aufzubauen, die ein ordentliches CRV, also Chance-Risiko-Verhältnis eben verspricht. Und davon lebt Trading nicht von dem Wissen, was passiert, sondern von dem Wissen, wie gehe ich mit der aktuellen Situation um. In der Hoffnung, dass euch das gefallen hat. Euch alles Gute, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag.